Also ich bin Leo Neugebauer und ich bin ein Zehnkämpfer hier bei der University of Texas at Austin. Also hier als Athlet ist man immer beschäftigt, also man hat immer Sport und Uni, aber ein Athlet zu sein hier in den USA ist immer eine sehr coole Erfahrung und es fühlt sich einfach sehr cool an, einfach hier Leichtathletik zu machen und auch zur Schule zu gehen. Also ich würde sagen, der größte Unterschied ist einfach nur, dass ich mehr Zeit habe für Sport und Uni zur gleichen Zeit, einfach nur, weil es ist einfacher. Also wir haben hier Leute, die sich darum kümmern, unseren Plan, Tagesplan zu machen, so dass wir zur gewissen Zeit zum Beispiel Krafttraining machen können, dann direkt danach zur Uni gehen, dann nochmal Leichtathletiktraining machen können. Und ja, also wir haben so Leute, die sich darum kümmern und sowas und das habe ich natürlich in Deutschland nicht. Also die Competition ist definitiv sehr, 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 sehr gut, weil ich bin ja ein sehr guter Athlet, aber trotzdem gibt es ja immer noch ein paar Leute, die jetzt nochmal krasser drauf sind und sogar versuchen Weltrekorde zu schlagen. Also die Competition ist immer sehr, sehr gut. Einfach nur, wenn man täglich so die Arbeit bringt und täglich immer so ein kleines bisschen besser wird, ist das Endergebnis halt nach einem Jahr halt schon enorm. Und das sind die